Guten Tag, ich bin Valentin Roulier. Ich komme aus Frankreich, aus Marseille. Ich arbeite in Mondelez seit 2019 im Werk Lörrach. Die Karrieremöglichkeiten in Mondelez sind wirklich gut. Ich bin auch ein Beispiel davon, weil ich angefangen als Produktioningenieur in unserem Modellbereich und nach zwei Jahren bin ich jetzt Produktionmanager und ich finde wirklich die Chance und die Möglichkeit hier zu entwickeln wirklich High Level. Ich arbeite jeden Tag mit engagiertem und motiviertem Team, mit einer voller Passion die Milka-Masse zu produzieren und zu liefern. Und meine Lieblingsmilka-Tablet ist TÜK. Warum? Weil es ist die beste Kombination zwischen Süßigkeit und Salz und das ist genau was Anne Französisch mag. Werden auch du die beste Zutat? Bewerb dich jetzt!